Die Leute sagen, warum hast du Abou-Sultan gemacht? Komm mal, Ma-Shallah! Meine Erbeck, helft das! Ich hoffe, dass diese Mann diese Bandscheibe ist. Ich habe eine Knappe gesagt, ob Abou-Sultan ein. Komm mal, ich drücke nicht. Kannst du gucken? Leute, die Mechanik mit Bremsen ist nicht so gut. Du hast gesagt, das ist der Original-Albana. Das ist der Original-Afghanische. Aber ich bin kein Börscher-Albana. Ein Fuß da, ein Fuß da. Genau wie auf dem Pferd. Ja. Bitte geh nach Afghanistan. Afghanistan ist schlecht, Mann. Was ist los mit Hugo Boss? Hast du einen Vertrag gemacht mit Hugo Boss? Genau. Aber meine Therapie, wo kann man jeden Tag machen? Ohne Schaden, ohne alles. Ohne Messer, ohne Medikament. Ohne das und das und das. Nur mit meinen Fingern. Nur mit meinen heiligen Händen. Nur, ich bedanke erst einmal Allah, weil diese Leute unter meinen Händen sind gesund. Das ist wichtig für mich. Manchmal, ich bete, ich mache Dua bei Beten. Ich sage, ja Allah, ich bedanke mich. Du musst mich helfen. Und du machst Leute gesund unter meinen Händen. Was ist das? Bauch oder Problem? Das ist nicht Bauch.